yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video und ja leute im heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr ganz einfach die checkerboard outfit zurückbekommen könnt dafür benötigt ihr eigentlich nur eine kursatka aber zum anmerken die checkerboard sachen sind immer noch geblacklistet das heißt wenn ihr die lobby wechselt oder gta neu startet müsst ihr dann das outfit noch mal eben kurz hier in der kursatka glitschen aber das innerhalb von ein paar sekunden gemacht und im jahr habe ich sagen lassen auch schon der klo starten wir begeben uns dann einmal zur kursatka hinter dazu den taucher ausrüstung registrieren uns einmal als ceo präsident als nächstes wählen wir uns jetzt das outfit aus wo die checkerboard sachen drauf sind in meinem fall habe ich jetzt hier noch ein outfit wo die checkerboard brille drauf ist ihr seht das outfit verschwindet wir gehen dann hinten zu den taucherausrüstung wir öffnen einmal das interaktionsmenü wählen das outfit aus wo die checkerboard sachen drauf sind als nächstes ganz schnell interaktionsmenü schließen dann drücken wir steuern kurz nach rechts öffnen wieder das interaktionsmenü gehen wir verwaltung auf stil drücken einmal steuern kurz nach rechts interaktionsmenü wieder schließen und dann solltet ihr jetzt wie bei mir der fall ist mit dem checkerboard outfit sporen und das outfit wird jetzt auch nicht verschwinden sollte jetzt an das taucher outfit oder das standard outfit anhaben dann dann habt ihr das timing nicht richtig gehittet einfach noch mal neu probieren und im zweiten dritten anlauf sollte es am spätestens funktionieren und ja so könnt ihr euch wirklich sämtliche checkerboard outfits euch zurückholen und im nächsten video werde ich euch dann auch noch mal einen neuen transferglitch zeigen wie ihr ein checkerboard outfit über den transferglitch bekommt und ja leute das war es auf jeden fall mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn es denn so sein sollte würde es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein like gelassen würdet und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal